Hallo Leute, ich grüße hier von der Trabrennbahn Hoppegarten. Wir drehen hier eine Grußbotschaft der Alt-Opel-EG ans digitale Opeltreffen. Da seht ihr den legendären Gerd, alle kennen ihn aus Oschersleben, der Alt-Opelaner schlechthin. Lasst euch überraschen, der sympathische Eltern her. Ein schwarzes Üben ist der Wolfgang. Er wird auf dem Opeltreffen digital auch hinter Kamera für euch stehen. Bis dann, tschau. Gesundheit und im utfallfreien Klimaeder und dass endlich Corona bezwungen wird und wir wieder in Oschersleben künftig, dass nächstes Jahr das 21. Alt-Opel-Treffen veranstalten und mitfeiern können.